Willkommen zurück, Leute! Wir machen weiter mit einer neuen Folge Resident Evil 4, das Remake. Freut mich, dass ihr alle wieder mit mir hier am Start seid. In der letzten Folge sind wir exakt hier stehen geblieben. Und Luis ist schon in die Gündel gehüpft. Wir sollen hinterher und ein bisschen Spaß haben. Na klar. Oh, unendlich Munition. Nice. Hey, wir haben es eilig, oder? Ach, übrigens. Was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? Oh je. Los geht die verrückte Fahrt. Auch das noch. Auch das noch. Hab ich. Wow. Schnell durchladen. Ah, so kommen sie. Wo kommen sie? Ziel doch, Leon. Autsch. Und noch einer und ich lad noch durch. Die hab ich gar nicht gesehen. Da waren auf einmal Bretter im Weg. Ja, Luis. Mach keinen Stress. Ich bin dabei. Ich lenke links und lenke rechts und ziele und schieße. Und springe. Das Ding ist ziemlich mitgenommen. Pass ein bisschen auf, okay? Fahrt durch. Oh, noch welche. Ja. Gut. Fahrt durch. Das war entspannt. Sehr aufregend. Was ist das? Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Woher weiß der das? Ist der in der Loro schon mal gefahren? Ich meine, das ist ja kein Personentransportmittel, ne? Normalerweise ist das doch hier oben, ja, Las Plagas abzutransportieren. Ah, guck mal da oben. Danke, Luis. Hast du ihn erlegt? Nice. Nee. Nee, nee, nee. Da sind noch mehr. Oder der Typ. Er ist heute auf Brummbär programmiert. Alter, was machen die da drin? Gangbang? Meine Gesundheit ist echt mies. Nee. 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 Ich dachte schon, er will mutieren. Danke, Luis. Ich höre ein Püppchen. Pistolenmunitionen. Yes. Das war hier. Eine Spiegelung. Oh, das Kraut. Hier ist das Ganze. Da oben ist er. Elf. Und ein Schatz. Die Weinkanne. Noch so ein Ritt. Ist auch nett, dass sie die genau da für uns parken. So eine Lore. Die wird direkt für uns dahin gestellt. Nice. Weiter geht's, Luis. Weiter geht's. Phantasialand, die zweite. Für eine Kettensäge. Ja, haben wir. Wir brauchen die auch nicht abschießen, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Die Lore hält genug aus. Autsch. Oh, no way, no way, no way, no way. Autsch. Scheiße, das Ding wird kippen. Ich arbeite daran, Luis. Ach, den brauche ich doch gar nicht. Wenn man weiß, wo die herkommen, ist das gar kein Problem. Das sind Sniper. Das gibt's überhaupt nicht. Diesmal nicht, mein Freund. Das ist ganz schön stressig, wie diese Fahrt. Ja, 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 ich bin dabei. Was ist das denn? Rote Fässer? Rote Fässer. Kettensäge, Jocke. Friss das. Blatt durch. Oh, da kommt er nochmal. Oh, da kommt er nochmal. Oh, da kommt er nochmal. Ich muss mich auf den konzentrieren. Na durch. Wie viel hält er aus? Nein, 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 Luis. Ich kümmere mich drum. Sieht cool aus. Was ist das denn, wenn du willst? Die Bremse! Was? Ein scheiß Ernst? Spring! Hey, Luis! Hilf mir mal! Was hab ich übers Vorwarn gesagt, ne, Sancho? Frag halt. Oh, Mann. Aber eigentlich passt es ganz gut. Komm, wir nehmen den Lift. Alles klar. Bin ich froh, dass wir das jetzt hinter uns haben. Was ist das hier, ey? Was ist das denn? Eins von vier. Hey, da ist noch eins. Zwei von vier. Luis, was haben wir hier? Was haben wir hier erschossen? Womit hab ich das verdient? Luis. Da kommen Kollegen. Da kommen Kollegen. Ach, shit. Luis, gib mir Rückendeckung. Kannst du die auch alleine erschießen? So, jetzt aber. Weiter. 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 Luis, komm. Okay, fliegende Viecher. Müssen wir genau hingucken, wo die sich tarnen, wie die sich tarnen, warum die sich tarnen. Hau einfach ab. Ja. Okay. Wo denn? Achtung. Hau ab. Ah, guck mal, da ist einer. Da ist einer. Und da ist einer. Die hässlichen Viecher. All right. Ein Auftragszettel. Dies geht mir mal her. Ich wollte gerade noch ein bisschen Munition herstellen, aber warum? Wir haben genug Insektenbau XL. Zu viele sind bereits den nimmerenden wollenden Schwärmen von Ungezieferts und Opfern gefallen. Es ist eine regelrechte Plage. Bitt, zerstöre die Eingänge zu ihrer riesigen Brutstätte und bewahre uns vor einer weiteren Tragödie. Das war das also. Ja, gibt Sinn. Oh, da pulsiert noch was. Drei. Lecker Saphir mitgenommen. Und weiter geht's. Das ist keins von diesen Viechern. Moin. Moin. Ich hasse Insekten. Wieso? Ist doch kein Star. Was ist denn los? Wie wärst mit weniger Reden und mehr Schießen? Hey, ich hab das Köpfchen, du die Muskel. Kann keins mehr entdecken. Tü, 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 tü. Nehmen wir die Kisten mit. Ups. Kohle. Ja, ja, die können wir gebrochen. Guck mal hier. Was bist du denn für ein Ding? Boah, sind hier viele. Trotzdem noch alles übersehen, ey. Wahnsinn. Wo ich schon so genau hinschaue, hab ich ihn übersehen. Hier haben wir alles. Ach, guck mal da. Easy. Das war easy. Wie man ganz genau hinsieht, kann man sie wirklich gut erkennen. Okay, Luis, wie sieht's aus? Halt. Halt. Das sieht mir so aus, als wäre da ein Weg. Los, komm mal zurück, mein Freund. Luis! Tatsächlich. Tatsächlich. Das Geröll sah so ein bisschen komisch aus. Goldplättchen, wunderbar. Liegen sie schon wieder. Das war einer. Luis, lass sie doch hier hochkommen. Der schöne Loot ist doch dann weg. Ich hab ihn gerade gesehen. Ich wollte gerade schießen. Ja. Ist nix mehr. Paar Peseten. Du darfst auch noch einen Abflug machen. Ist das einer? Händler? Yes. Ah, ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut gemacht. Na klar. Gute Arbeit. Wofür kann ich dich begeistern? 15 sag ich doch. Du kannst ein paar Sachen von mir kaufen. Im Grab. Im Grab bringt ein hervorragender Deal. Hehehe. Tunen. Eine Bier, wie du es haben wolltest. Das ist dann die nächste. Wäre das dann alles? Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ja. Erstmal schon. Hast du sonst hier nix? Nur die Schreibmaschine? Dann gehts weiter. weiter. Let's go, Luis. Let's go. Wie lässig er da steht, ne? Bin ich erledigt? Da weiß man solche Technik doch zu schätzen. Ich kapier's nicht. Warum dein Leben riskieren? Du kennst uns doch gar nicht. Hab ich doch gesagt. Damit ich mich besser fühle. Komm schon, sei einmal ehrlich. Los Illuminados. Ich hab für sie gearbeitet. Siehst du, wusste ich's doch. Euch zu helfen macht das nicht wieder gut. Das weiß ich. Aber ich will nicht, dass noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Wenn das so ist, häng dich gefälligst rein. Harsche Worte für einen Knappen. Ja im Moment mal, ich bin hier der Ritter. Endlich raus aus dem Höhlenloch. Die frische Luft ruft unseren Namen. Borfin. Denn, wenn wir erstmal hier sind, bedeutet das wir sind fast... Fast was? Luis! Lange nicht gesehen, Rookie. Major Krauser? Was soll das? Warum? Sicherung von Diebesgut. Und nebenbei Beseitigung von ein paar Härten. Einfacher Job. Herr Ashley. Das waren Sie. Du kapierst schnell. Was hab ich dich gelehrt? Messer sind schneller. Nicht schlecht! Wir fangen gerade erst an. Okay. Messerkampf oder was? Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Das hat nichts mit denen zu tun. Ich hab mich jetzt entschieden als Freiermann. Nicht übel. Zack. Ich geh erstmal in die Defensive. Autsch. Sie können nicht klar denken. Ja, ich kann gerade nicht klar denken. Ich brauch mal kurz ne Heilung. Oh, ich denke klar wie nicht zuvor. Jetzt konzentriere dich. Und zeig dir was du kannst. Na komm her. Ein Soldat wie Sie. Der für solche Irren arbeitet. Wieso? Wieso? Schon vergessen was vor zwei Jahren passiert ist? Operation Javier? Jetzt springt er auch noch. Du Fallschrecke! Nimm das. Boah, was wenn mein Messer kaputt ist? Operation Javier. Meine ganze Einheit. Ausgelöscht. Autsch! Boah, damit hab ich ihn nicht gerechnet. Da tritt er mich, die Sau. Hast du in den letzten zwei Jahren gar nichts gelernt? Mach dich bereit! Ich weiß noch nicht. Es kommt ein bisschen drauf an. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal in den Link steigen. Wie kann ich den denn abblocken dann? Gar nicht wahrscheinlich. Was ist das? Alles klar. Und ein Kick hinterher! Du Freak! Sie haben uns getötet! Keine Ehre! Keine Gnade! Nur zerstörerische Kraft! Nimm mein Kick! Mein Messer ist gleich so was von gegamed. Gott sei Dank hat Leon schnell das andere Messer ziehen! Gib dir mir Mühe! Ich kenne jeden als Züge! Ich hab sie dir geholfen! Kennst du auch den schon? Den? Was ist los? Machst du etwa schon schlapp? Eigentlich nicht. Boah, wie viel hält der aus? Sie lassen mir wirklich keine Wahl! Genug geplaudert, Rooki! Du hast dich kein Stück verändert! Was für eine Enttäuschung! Das ist nicht gut aus, mein Freund! Ein herber Verlust für die Frauen dieser Welt! Nicht reden. Nimm den. Der Schlüssel zu meinem Labor. Geh dorthin und entferne die verdammten Parasiten. Ashley. Ich hab ein scheiß Leben geführt. Aber jetzt, hm? Was denkst du, Leon? Menschen ändern sich, oder? Kapitel beendet. Ja, ich wusste ja, dass er stirbt. Aber er ist irgendwie total cool in Szene gesetzt in diesem Remake. Finde ich richtig cool gemacht. War ein würdiger Abgang. Im Originalteil wurde er ja so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und auch dieser ganze Fight jetzt mit dem Major war echt mega gut. Also hat echt Spaß gemacht. Mega. 1A-Sternchen. Freunde, Freude. Schluss in der nächsten Folge. Machen wir weiter. Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich. Und bin raus.